Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzweger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist. Falls du es noch nicht weißt, wir sind eine kleine, feine Beratung rund um das Thema digitale Souveränität. Das heißt unter anderem, dass wir auch Unternehmen dabei unterstützen dürfen, Corporate Influencer Programme auszubilden. Das hast du vielleicht schon mal in einer der vergangenen Folgen gehört. Corporate Influencer Programme sind langfristige Programme darauf angelegt, dass man einzelne Mitarbeiter von Unternehmen dazu befähigt und motiviert, auf sozialen Plattformen wie natürlich LinkedIn souverän zu kommunizieren. Having said that, regelmäßig kommen in diesen Beratungen auch Fragen zu dem Thema rechtliche Grenzen, Hindernisse, Do's und Don'ts und Fettnäpfchen. Und da ich nicht in den Genuss einer juristischen Ausbildung gekommen bin, habe ich mir das Wissen natürlich dann auch von Angelesen bzw. von Experten geben lassen. Und weil das Thema so relevant ist, haben wir uns für heute mal einen der besten Experten, die wir auf LinkedIn finden konnten, dazu eingeladen, nämlich Martin Schirmbacher. Martin ist Partner bei Herting Rechtsanwälte und uns heute aus Berlin zugeschaltet. Gute Martin, grüß dich. Hallo, grüße dich, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier uns und unsere Zuhörer ein wenig Insights zu den juristischen Feinheiten gibst, die wir auf Social Media haben. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich? Bist auf LinkedIn auch selber sehr, sehr aktiv. Was ist so deine persönliche Motivation dahin? Naja, also ich bin ja Anwalt, wie du zu Recht gesagt hast und in einer Kanzlei, die sehr spezialisiert ist auf IT, Medien, Marketing, IP-Fragen. Das heißt, die allermeisten von uns machen IT-Recht, Datenschutzrecht, Social Media, Marketing-Themen. Ich selber bin schon über 25 Jahre bei Herting Rechtsanwälte. Unsere Kanzlei gibt es nur ein Jahr länger, als ich hier bin. Ich habe wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen schon angefangen, als ich noch Student war und bin quasi sitzen geblieben. Und ja, als ich anfing, waren wir zwei Anwälte. Jetzt sind wir ein bisschen über 30. Und ja, wie man dem schon entnimmt mit Begeisterung bei den rechtlichen und datenschutzrechtlichen und IT-rechtlichen Themen dabei. Bevor wir da einsteigen, Martin, was macht denn eine Kanzlei aus, bei der man über 25 Jahre lang bleiben kann? Tja, da muss man wahrscheinlich inzwischen andere Leute fragen als mich. Aber ich glaube, was wir schon versuchen, ist so ein bisschen diesen Family-Touch uns zu bewahren, auch wenn wir jetzt insgesamt fast 80 Leute sind. Aber ja, wir haben jetzt hier irgendwie nicht die großen Pyramiden-Schemes, wo man alles aufsteigen kann. Uns haben schon Leute verlassen, weil wir ihnen nicht einen coolen Titel anbieten konnten, den sie dann tragen, um irgendwie Head-off irgendwas zu werden. Es gibt nicht so viele Head-offs von irgendwas. Genau, wir haben zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche. Das ist der Grund, warum viele Leute derzeit anklopfen und fragen, ob sie nicht für das gleiche Geld bei uns arbeiten können. Bitte, eine Vier-Tage-Woche? Ja. Ach, nice. Wir arbeiten seit April, testweise muss man zugeben, nur noch Montag bis Donnerstag alle. Okay, und wie klappt das für euch? Sagen wir mal so, ich mache immer den Standardwitz, dass ich mich dann am Freitag überzeuge, ob wirklich niemand im Büro ist. Das ist tatsächlich durchaus schon vorgekommen. Wir haben auch ein paar Mandate, wo das gar nicht anders geht, wo man dann am Freitag arbeiten muss. Cyberfälle zum Beispiel haben wir relativ viel, wo man nicht einfach sagen kann, wir sind jetzt hier nicht erreichbar, drei Tage lang. Aber eigentlich klappt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben letztens mal die Mitarbeiter befragt und da war eigentlich ganz gutes Feedback. Cool. Sehr schön. Darüber sollten wir mal eine andere, eine zweite Folge machen zum Thema Vier-Tage-Wochen, ähnliche New-Work-Ideen. Also da verbinde ich dich dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die das hier bei uns vor allem überwachen und vorbereitet haben. Ne, aber ja, es ist ein spannendes Projekt und genau, wir haben es gerade, ich habe es gerade schon gesagt, Testphase. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja, dann weiterhin viel Erfolg, aber Chapeau zu dem Mut, das mal so durchzuziehen. So, und dann starten wir auch ein bisschen in so ein kleines juristisches Q&A, das wir vorbereitet haben. Und ich fange gleich mal an mit der Frage, die uns am häufigsten gestellt wird. Martin, gibt es Regeln für die Verwendung von Bildern, Videos oder anderen Medieninhalten in den Beiträgen auf LinkedIn? So, jetzt, liebe Zuhörenden, müsst ihr euch ein bisschen darauf einstellen, dass ich manchmal das eine oder andere Mal ein bisschen weiter aushole, weil es halt selten so ist in der Juristerei, dass es einfach eine Regel gibt, die lese ich vor und dann ist gut. Allerdings bei Bildern, Beiträgen ist sicherlich eines wirklich, wirklich wichtig. Es gilt das Urheberrecht, ja, und alle Inhalte, jeder Content, egal ob es ein Bild ist, ob es ein Text ist, ob es eine Grafik ist, ob es ein Stück Sound ist, ob es Software ist, ist im Zweifel vom Urheberrecht geschützt. Das heißt, wenn es eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht hat, von einem Menschen kreiert wurde. Schöpfungshöhe ist ein schönes Wort. Schöpfungshöhe, so steht es sogar im Gesetz. Ja, also eine individuelle Gestaltung. Es muss sich abheben von dem, was jeder gemacht hätte. Ja, dann genießt ein Werk Urheberrechtsschutz. Ja, die Kontrollfrage, sage ich immer in meinen Seminaren, ist immer, ist es so, wie es jeder gemacht hätte oder hebt es sich davon ab? Ja, wenn die Aufgabe ist, schreibt mal alle Mitarbeiter Namen von Siemens nach alphabetisch mit Telefonnummer von A bis Z untereinander, dann ist das Ergebnis im Zweifel bei allen gleich, dann ist es nicht urheberrechtlich geschützt. Wenn es aber heißt, mal uns doch mal ein Organigramm, was besonders einfach darstellt, wie die Mitarbeiter von Siemens strukturiert sind, dann wird das Ergebnis im Zweifel bei allen anders aussehen und dann ist es urheberrechtlich geschützt. Jetzt schweifen wir schon bei der allerersten Frage ab. Die Frage war ja, welche Regeln gibt es als Corporate Influencer? Die Message ist, ihr dürft nicht einfach Inhalte, die ihr irgendwo findet, übernehmen und in eurer LinkedIn Post integrieren. Ja, wenn es ein Gedicht ist, was ihr irgendwo gefunden habt, ein Meme, was ihr irgendwo gefunden habt, ein Bild, was ihr irgendwo heruntergeladen habt, dann hat im Zweifel jemand ein eigenes Urheberrecht da dran und dann darf man es nicht einfach kopieren, ohne den Urheber oder den Fotografen, wenn es ein Bild ist, zu fragen. Normalerweise ist es ja so, dass dann, wenn ich Bilder von meiner Company zur Verfügung gestellt habe oder Videos, dass ich die dann aber schon benutzen kann, weil da ja das Einverständnis mit inkludiert ist sozusagen, richtig? Wenn eure Company das ordentlich gemacht hat, dann ist es so. Ja, die Fälle, die bei uns auf dem Schreibtisch landen, vor allem bei den Kollegen, die sich mit den streitigen Fällen befassen, das bin jetzt nicht ich, aber das haben wir natürlich auch, da landen ja immer die Fälle, wo es dann doch nicht so toll war und da landen durchaus auch Fälle, wo Influencer Ärger bekommen, weil sie ein Bild verwenden, was sie zur Verfügung gestellt bekommen haben von einer Agentur oder von einem Arbeitgeber. Ja, du bist, das ist vielleicht auch die Message, als derjenige, der einen LinkedIn-Kanal betreibt, verantwortlich für alles, was dort drauf sich abspielt und wenn du dort urheberrechtlich geschützte Inhalte postest, ja, und derjenige, der die Rechte daran hat, sich bei dir beschwert, dann bist du erstmal verantwortlich, egal, ob die Bilder jetzt von deiner Company kamen oder nicht. Wenn es so ist, dass die Company dir die zur Verfügung stellt in irgendwelchen Social Media, internen Social Media Kanälen, hier, nehmt doch das, ja, zur Verfügung stellt und ihr nehmt es, bekommt dann Ärger, dann ist sicherlich die Erwartung, dass das Unternehmen sich auch darum kümmert, diesen Ärger aus der Welt zu schaffen und etwaige Kosten übernimmt, berechtigt, so wird es dann in der Regel sein, aber nach außen bleibe ich als Corporate Influencer verantwortlich. Fairer Antwort. Oh, ich sehe ja natürlich für mich selber ein hartes Gespräch hier, Martin. Wie sieht es denn aus mit, wir gehen jetzt mal die Gattung vielleicht so ein bisschen durch, wie sieht es denn aus mit den beliebten, bekannten GIFs oder Memes, die ich auf Plattformen wie Giphy zum Beispiel finde oder auch Fotos von vermeintlich lizenzfreien Bildern auf Plattformen wie Unsplash? Ja, auch hier gilt schlechte Nachricht, genau dasselbe. Ja, die, natürlich ist es so, wenn ich jetzt auf Pixabay oder Unsplash mir ein Bild runterlade, wird mir dort, obwohl es absurderweise lizenzfrei heißt, ich weiß gar nicht, was es eigentlich heißen soll, weil eine Lizenz bekommt man gerade, wenn man sich dort die Bilder herunterlädt. Ja, die Lizenz heißt ja nichts weiter als die Berechtigung des Bildes zu dem jeweiligen Zweck, zu dem eingeräumt wurde, zu verwenden. Insofern sind die gar nicht lizenzfrei, sondern man bekommt gerade eine Lizenz. Es mag sein, dass man nichts dafür zu bezahlen hat, aber eine Lizenz kriegt man. Ja, und wenn es so ist, dass dann jemand kommt und sagt, er hätte aber Rechte da dran, dann kann ich zudem zwar sagen, aber es wundert mich, weil ich das Bild gerade bei Pixabay heruntergeladen habe und da steht doch, dass Pixabay sich die Rechte gesichert hat, das kann doch gar nicht sein. Wenn der dann sagt, ja, ich kenne aber Pixabay gar nicht und vielleicht ist es ja so gewesen, dass jemand sich das Bild bei mir geklaut hat, dann bei Pixabay hochgeladen hat und du hast es dir da guten Glaubens runtergeladen. Ja, das ändert an meinem Unterlassungsanspruch als Urheber nichts. Und das ist auch richtig, das Urheberrecht kennt keinen, jetzt kommt auch ein juristischer Begriff, keinen gutgläubigen Erwerb. Im Eigentumsrecht gibt es sowas, im Urheberrecht gibt es sowas nicht. Ich kann nicht, ich werde nicht sozusagen, in Anführungszeichen, die JuristInnen mögen es mir, verzeihen, Eigentümer eines Bildes, wenn ich es gutgläubig irgendwo heruntergeladen habe, sondern dann bin ich nach außen dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist überschaubar. Ich habe, gut, jetzt mache ich, habe ich schon gesagt, die streitigen Fälle nicht, aber auch meine Urheberrechtskollegen, die solche Fälle häufiger haben, haben mir jetzt noch nicht erzählt, dass da jetzt immer Ärger droht. Ja, man kann natürlich, da gibt es dann manchmal so Missbrauchsfälle, wo dann Leute gezielt Bilder hochladen, um dann anschließend zu sagen, sie hätten sie da nicht hochgeladen und so, aber das ist dann schon eher die Ausnahme. In der Regel kann man sich darauf verlassen, dass man dann da keinen Ärger bekommt, aber in der Theorie ist man nach außen, oder in der Praxis ist man nach außen erstmal verantwortlich und theoretisch kann das schon passieren. Es ist am Ende eine Risikoabwägung, inwieweit man sich da verlässt, auf das, was da so steht. Aber es gibt ja auch Plattformen, da ist es eigentlich offensichtlich, dass der Urheber eigentlich möchte, dass seine Inhalte wiederverwendet werden. Ich gehe mal auf Giphy zurück kurz, da gibt es ja auch Accounts von Unternehmen wie der Deutschen Bahn zum Beispiel, die auch ganz zahlreiche GIS zur Verfügung stellen, als Sticker zum Beispiel, die ich dann auf Instagram oder Ähnlichem auch mitverwenden könnte. Genau, wenn das so ist und da wirklich die Deutsche Bahn dahinter steht und dann man sich auch hält an die Bedingungen, wie sie dort in dem jeweiligen Account oder eben in der jeweiligen Plattform verkündet werden, dann ist man da, ist man da safe. Aber auch da ist natürlich denkbar, dass irgendjemand einen Lufthansa-Account sich anlegt, als bei Giphy und dann wiederum lustige Lufthansa-Sticker hochlädt, die aber die Lufthansa nicht autorisiert hat. Also diesen Gap kriegt man nicht geschlossen. Das ist aber auch keine Social-Media-Typizität. Das hat man immer. Ja, also wenn mir irgendjemand ein Bild verkauft und der hat es gerade irgendwo anders heruntergeladen, ich beauftrage einen Fotografen von meiner Kanzlei, Bilder zu machen und der nimmt irgendwo anders die Bilder her oder beauftragt jemand anders, damit die Bilder zu machen, kann mir das Gleiche drohen. Also es ist so, diese rechte Kette heißt es dann, da hat man Schwierigkeiten, bisweilen die bis zu Ende nachzuweisen. Wie kann ich denn sicher gehen, dass mein Bild, mein Content, den ich finde, dass der ich den verwenden darf, wenn es jetzt nicht explizit dabei steht? Selbst wenn es dabei steht, kannst du nicht sicher gehen, weil da ja sonst was dabei stehen kann. Ja, du kannst es nur, also es gilt die Weisheit, wenn ich sicher sein möchte, dass ein Inhalt, dass ich die notwendigen Rechte für einen Inhalt habe, muss ich den Inhalt selber kreieren. Muss ich selber die Fotos machen. Das ist aber die, die ich habe, dass ich selber machen. Genau, da bin ich dann sicher, dass dann niemand anders kommen kann. Da kommt es möglicherweise noch ein bisschen drauf an, was auf dem Bild drauf ist. Ja, da kann mir dann auch noch Unbild drohen. Aber erst mal bin ich natürlich für die, ja, da verantwortlich. Und ja, und wenn ich jetzt einen Fotografen beauftrage, dann wird es im Zweifel so sein, dass der Fotograf mir dann die Rechte einräumt. Ja, das wird schon in aller Regel, gibt es dann da auch keinen Ärger. Das wird dann schon in Ordnung sein. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also hundertprozentig nur, wenn man es komplett selber macht. Genau, die schlechte Nachricht. Ja. Aber sag mal, so auf Plattformen wie Canva zum Beispiel, habe ich auch jede Menge Stockfotos, Stockvideos, Stockmusik, Grafiken, Vorlagen und so weiter. Bin ich da safe? You're never safe. Ja, du wirst dich erinnern, jetzt gerade vor ein paar Monaten war doch diese Diskussion, ob ich Musik verwenden darf, die mir Instagram zur Verfügung stellt. Ja. Und da hat man, das haben auch jahrelang alle Leute gemacht und gedacht, naja, wenn die Instagram zur Verfügung stellt, dann werden die schon die Rechte daran haben. War aber nicht so. Hatten sie nicht. Ja, und dann kann es mir passieren, dass ich mit einem, in dem Fall, einem Künstler Ärger bekomme, weil ich die Tonspuren, die dort eigentlich for free zur Verfügung gestellt werden, nutze, um meinen gewerblichen Content aufzuhübschen. Ja, das kriege ich nicht aus der Welt, dieses Thema. Also ich, wie gesagt, bei Canva habe ich nicht gehört, dass dort Ärger gegeben hat. Ja, aber wenn es solchen, aber man ist davor nicht vollständig frei. Man ist davon nicht vollständig gefeit, so. Spielt das eigentlich eine Rolle, Martin, wie viele Follower ein Nutzer, eine Nutzerin hatte, die diesen Content verwendet? Also du hast ja gerade schon gesagt, ist es gewerblich, ein Unternehmensaccount zum Beispiel oder ein Influencer mit einer großen Reichweite? Wir erinnern uns alle an das Beispiel von Frau Hummels damals, die da Ärger bekommen hat. Oder wenn ich jetzt, ich sage mal, in einer kleinen Leuchte bin mit wenigen Followern, ist das dann weniger relevant oder genauso schlimm? Also in der Tat gibt es eine Ausnahme im Urheberrecht. Der Paragraf 53 des Urheberrechtsgesetzes, der sagt, dass für die, wenn ich Inhalte zum privaten Gebrauch vervielfältige, dass es dann sein kann, dass es zulässig ist. Ja, wie immer im Recht, ja, werden Ausnahmen aber eng verstanden. Da muss man also wirklich gucken, ob jetzt wirklich der konkrete Fall davon gedeckt ist und ob es wirklich privat ist. Und wenn wir über Corporate Influencer sprechen, da steckt schon im Namen, dass es nicht privat sein wird. Ja, und dann wird man sehr selten sagen können, das ist jetzt hier nur zum Privaten im Sinne von familiären Zweck. Ja, die Ausnahme habe ich mir immer erklärt mit, ja, die Älteren werden sich erinnern, Kassetten zusammenstellen, vom Radio abschneiden, um sie dann selber zu hören oder irgendwie ganz romantisch zu verschenken oder, ja, die weniger Alten haben es dann vielleicht mit CDs gemacht. Jetzt schickt man nur noch Playlists, wie romantisch. Aber, ja, da liegen die Daten wenigstens in der Cloud. Das ist juristisch dann sicherer. Nein, aber bei, ja, dafür ist die Ausnahme gemacht. Sie ist nicht gemacht dafür, dass Corporate Influencer sagen können, ja, ich habe ja bloß 100 Follower. Deshalb ist das hier alles der private Rahmen. Das wird nicht so sein. Entscheidend ist der Zweck, für den die Vervielfältigung, also die Kopie des Inhalts erfolgt. Und wenn ich dort ein Bild hochlade bei LinkedIn in einem beruflichen Netzwerk, könnt ihr euch vorstellen, was der Richter, die Richterin da sagen wird. Nämlich, das ist nicht privat hier. Da würde sogar LinkedIn nochmal eine Sonderrolle spielen im Vergleich zu privateren Plattformen, in Anführungszeichen, wie WhatsApp oder Facebook. Ja, kann man sagen. Das LinkedIn dort als berufliches Netzwerk eine Sonderrolle spielt. Ja, jetzt kann man sagen, wenn dort ein, ja, also ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt ein Student ist und der ganz frisch und dann gleich beim ersten Bild. Aber auch da, das ist nicht Privatvergnügen, was ich dort mache. Da würde ich in der Tat zwischen den Plattformen unterscheiden. Ja, privater Gebrauch, da würden sogar manche Juristen, besonders die auf der Seite der Creators stehen, sagen, also wenn ich etwas auf einer Plattform, die von einem US-amerikanischen Unternehmen betrieben wird, hochlade, ist es immer nicht privat. Ja, weil es eben im Netz für alle verfügbar ist. Da mag man sich dann drüber streiten. Aber beim Corporate Influencer-Tum hört die Privatheit jedenfalls auf. Ja, ich bin auch ganz melancholisch bei dem Kassettenbeispiel. Ja, siehst du, die richtigen Triggerpunkte finden. Ja, genau. Liebe Zuhörerinnen insbesondere, solltet ihr mal in eurem früheren Leben in eurer Jugend eine Kassette bekommen haben von einem Verheirer, dann könnte ich sicher sein, dass er sich dafür viel, viel Mühe gegeben hat. Das sind nämlich handwerklich auch echt Aufwand, die Dinger. Schickt sie nicht ein, weil wir haben keine Möglichkeit mehr, die abzuspielen. Genau, aber sagt dem Absender von damals noch mal vielen Dank. Das ist wirklich eine schöne Geste. Das ist echt schade, dass das ein bisschen weggefallen ist. Eine Playlist ist ja boring. Die einen sagen so, die anderen sagen so, wir müssen mal die Kinder fragen, wie das heute angeht, die Teens. Auf deine nächste Antwort bin ich gespannt, denn von der Frage habe ich bisher immer auch gedrückt tatsächlich. Darf ich Content nutzen, auch Social Media, den ich mit Hilfe von AI-Tools erstellt habe? Also DALI zum Beispiel, MidJourney, JetGPT natürlich. Wo liegt zur Hölle da eigentlich das Urheberrecht? Die Frage ist erstaunlicherweise recht einfach zu beantworten. Ja, darfst du nutzen? Ich hatte vorhin und hatte schon fast erwartet, dass du gleich einhakst. Ja, bei meiner Definition, was ist das Urheberrecht und wann ist ein Werk urheberrechtlich geschützt gesagt, dass es auf die Schöpfungshöhe ankomme und dass das Urheberrecht voraussetzt, dass ein Mensch sich Gedanken gemacht hat, eine persönlich geistige Schöpfung passiert ist. Und genau daran fehlt es bei der AI, bei AI-kreierten Inhalten, sondern es ist eben eine Software, eine Maschine, die den Inhalt dann eben kreiert hat, sodass das Werk, was am Ende herauskommt, tatsächlich dem Urheberrechtsschutz, wie wir Juristen sagen, nicht zugänglich ist. Es kann nicht urheberrechtlich geschützt sein, weil es kein Mensch erstellt hat, das Endprodukt. Ich sehe schon das nervöse Zucken in deinen Augen, aber mein schöner Prompt, ich habe doch da mir so viel Mühe gegeben mit dem Prompt und kommt nicht da das Urheberrecht her und es ist doch auch mitnichten so, wie es jeder gemacht hätte, weil ich da ja anderthalb Tage gefeilt habe, an den idealen Prompt, dann mag es sein, dass der Prompt die sieben Seiten, die du dir überlegt hast, mit Journey anzuweisen, was es zu tun hat, Urheberrechtsschutz genießt, aber das Ergebnis, was dort herauskommt, wird im Zweifel nicht Urheberrechtsschutz genießen, sodass du tatsächlich AI-generierte Inhalte, insbesondere wenn du sie selber erzeugt hast, bedenkenfrei verwenden kannst und auch in Social Media, auch auf LinkedIn posten kannst. Mein nervöses Zucken war noch von vorhin, von den anderen Themen, die du angesprochen hast. Das mit AI bin ich fein mit. Okay, okay. Aber sag mal, gilt das denn auch, wenn du jetzt ein Mid-Journey-Bild veröffentlicht hast, das du erstellt hast selber, wo kein Urheberrecht verwendet worden ist, und wenn ich das dann auch kopiere, ohne dir Bescheid zu sagen, ohne zu fragen und meinen Beitrag verwende, ist das okay? Ist es, wenn es wirklich der Fall so ist, wie du ihn gerade geschildert hast, ich gebe, ich beauftrage Mitchell, nehme mir ein schönes Bild zu malen, stelle das auf LinkedIn, du sagst, cooles Bild, ist bestimmt eine KI gewesen und übernehme das. Dann darfst du das, weil ich keine Rechte daran habe. Es ist kein urheberrechtlich geschütztes Werk und deshalb darfst du das übernehmen. Die Praxis ist allerdings so, dass ich ja selten ein Bild einfach so wie es, oder ein Text, nehmen wir mal, so wie er aus ChatGPT oder aus Mid-Journey kommt, verwenden werde, sondern ich bearbeite das noch ein bisschen. Und wenn es dann so ist, dass ich, dann kann es sein, dass ich an dem, dass sozusagen meine Bearbeitung dazu führt, dass ich wiederum, schöpf-forsche Eigenleistung, an dem Gesamtbild dann doch wieder ein eigenes Recht habe. Das kannst du ja kaum wissen. Deshalb wäre ich trotzdem vorsichtig. Ja, aber wenn es jetzt eine Plattform ist, die AI-Generated Content bereitstellt, dann ist es in der Tat so, dass, ja, wenn du siehst, ah, das ist doch daher, dann kannst du dieses Bild verwenden, weil es keinen Urheberrechtsschutz daran gibt. Dann kann sogar die absolute Situation, ich hoffe, der Twist ist jetzt nicht zu viel für die Zuhörenden, die gerade beim Joggen sind, aber dann kann sogar die absurde Situation eintreten, dass ich als derjenige, der die Plattform genutzt hat, möglicherweise für die Nutzung der Plattform sogar was bezahlt hat, siehe mit Journey, gebunden bin, weil in den Nutzungsbedingungen steht, ich darf nur das und das und das mit den Bildern machen und nicht diese oder jene Sachen, dass mir die Rechte, dass ich weniger Rechte habe, als du, der das Bild sieht und erkennt, es ist ein KI-Bild, es kann kein Urheberrecht bestehen, du hast keinen Vertrag mit Mid-Journey, bist deshalb an meine Beschränkungen nicht gebunden und kannst dann mit dem Inhalt tatsächlich tun und lassen, was du willst. Das ist krass. Okay. Das ist krass. Es soll nur meine Warnung von vorhin, kopiert nicht einfach Dinge, die ihr im Internet gefunden habt, nicht aufheben. Die Warnung gilt natürlich trotzdem, weil ihr nicht wisst, ob das wirklich vollständig AI-basiert ist oder ob dort Hand angelegt wurde und die Person, die das veröffentlicht hat, dann doch aus irgendeinem Grund eigene Rechte daran hat. Okay. Ich will noch eine letzte Frage dazu. Ich will die Schraube noch mal weiter drehen. Was ist denn, wenn ich ein Bild nehme, ein bekanntes Bild, das jemand anderes gemacht hat, also von Gemälde oder Fotografie, wo ich definitiv nicht Urheber bin, lade das als Vorlage in einem Tool wie Mid-Journey hoch und sage dann, Mid-Journey, mach mir auf Basis dieses Bildes etwas sehr Ähnliches, aber was anderes. Ja, dann begehst du im Zweifel eine Urheberrechtsverletzung, weil du das Bild, unterstellt es sei urheberrechtlich geschützt, ein bekanntes Bild, der Urheber ist noch nicht 70 Jahre tot, sondern fröhnt weiter seines Lebens. Ja, dass du das bei Mid-Journey hochlädst, führt dazu, dass du eine Urheberrechtsverletzung begehst. Das wird man möglicherweise dem Endprodukt nicht ansehen, vielleicht doch wegen Style, aber das Endprodukt ist dann keine Urheberrechtsverletzung, aber die Tatsache, dass du ein Bild hochgeladen hast, ist eine Urheberrechtsverletzung. Es ist übrigens auch eine große Diskussion, ob die Engine, ob OpenAI mit ChatGPT oder Stable Diffusion mit Journey und so weiter, ob die eigentlich Urheberrechtsverletzungen begehen, dadurch, dass sie ja unendlich, na nicht unendlich, aber sehr viel Content gescreent, kopiert, hochgeladen haben, um es zu nutzen, ob die vielleicht Urheberrechtsverletzungen begangen haben, indem sie sich diese Inhalte zunutze gemacht haben, aber die Nutzung und das AI-Product, was da am Ende rauskommt, wird deshalb nicht zu Urheberrechtsverletzungen. Ach, Wahnsinn. Super interessant. Super interessant. Okay. Gelernt, verstanden. Wir lassen mal jetzt Content wie AI, Videos, Grafiken, ob KI generiert oder nicht, lassen wir beiseite und wir gehen nochmal in eine andere Richtung. Bleiben auf LinkedIn. Wenn ich als Corporate Influencer oder sagen wir als sehr ambitionierter Vertriebler auch, auf LinkedIn aktiv bin, im Auftrag, im Namen meines Unternehmens, brauche ich dann ein Impressum auf meinem LinkedIn-Profil oder einen Link zu einem Impressum? Also Impressum, ja, ergibt sich aus Paragraf 5 des Telemediengesetzes. Da kann man mal reinschauen. Da steht auch drin, was man dann, wenn man denn dazu kommt, dass ein Impressum erforderlich ist, alles angeben muss. Und da steht, ich zitiere es deshalb, weil man da vielleicht sich so seine eigenen Gedanken machen kann, es, ja, ein Impressum braucht, wer eine geschäftsmäßige, in der Regel, gegen Entgeltangebote in Tätigkeit erbringt. Ja, und damit ist klar, und das soll so ein bisschen abgrenzen zu den rein privaten Seiten. Ja, also wenn ich eine Website, nehmen wir mal, gehen wir mal weg von LinkedIn, wenn ich eine Website hätte, wo nur Familienbilder sind, wo ich keine Werbung mit verdiene, dann sollte das sozusagen kein Impressum brauchen. Ja. Aber sobald ich da schon Werbung drauf habe, wird es geschäftsmäßig, ja, und sobald, und wenn ich im Namen meines Unternehmens als Vertriebler oder als Social Media Person tätig bin, dann mache ich das nicht privat, sondern dann wird es geschäftsmäßig sein und eben in der Regel eine gegen Entgeltangebote eine Tätigkeit sein, nämlich mein Arbeitsvertrag. Ja, und deshalb ist es in der Tat so, dass es sein kann, dass mein Account dort eines Impressums bedarf. Ja, und jedenfalls mal, wer ein Entgelt erhält und systematisch für den Arbeitgeber postet, wird im Zweifel unter die Norm fallen, also unter diesen 5 TMG und muss ein Impressum vorhalten. Also im Zweifelsfall lieber machen, und wenn es nicht im Arbeitsvertrag dediziert steht, dass ich jetzt nicht Social Media Beauftragter bin zum Beispiel, aber es ist quasi ein unausgesprochener oder ein nicht schriftlich fixierter Teil meines Jobs. Genau. Vielleicht noch ein Tipp. Viele haben ja zu Recht Bedenken, da ihre private Adresse einzuschreiben. Ja, viele wollen ja nicht da jetzt irgendwie in, da ihre Wohnanschrift angegeben wissen. Allerdings, was auch nicht geht, ist da so zu tun, man sei gar nicht der Betreiber, sondern das Unternehmen sei der Betreiber. Man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wessen Präsenz ist es eigentlich? Und wenn ich Martin Schirnbacher jetzt nicht selbstständig als Partner hier bei Herting wäre, sondern ein angestellter Influencer, ja, dann, und ich schreibe da Herting Rechtsanwälte, Part GmbB, als Betreiberin rein, dann ist es ein Firmenaccount. Dann gehörte der Firma, und wenn ich gehen würde, dann, jedenfalls laut Impressum, ja, müsste ich denen das überlassen. Das heißt, ich bin dann sozusagen gar nicht der Betreiber dieses Kanals. Deshalb wäre mein Tipp, schreibt euren Namen rein, aber schreibt CO, also Care-of, Arbeitgeberadresse. Ja, maßgeblich ist, es muss zwar eine ladungsfähige Anschrift sein, das heißt, die Idee dahinter ist, wenn jemand ein Problem hat mit der Seite, dass er unter der Anschrift, die dort angegeben ist, auch Gerichtspost zustellen kann. Ja, und wenn es aber so ist, dass du da ab und zu mal bist, und das jetzt nicht ein völliges Remote Office ist, dann ist es so, dass es ausreicht, die Firmenadresse anzugeben, aber klar muss sein, dass ich als die Person, deren Gesicht dort zu sehen ist, Betreiberin des Accounts bin. Aber muss das Impressum da noch wirklich drinstehen, oder reicht da nicht irgendwo ein Link zum Impressum auf der Webseite des Unternehmens? Genau, also ein Link reicht, das ist auch, halte ich auch für empfehlenswert, allerdings ist es natürlich so, wenn ich sage, das ist ja gar nicht, wenn ich nur auf das Impressum verlinke, dann verlinke ich ja auf das Impressum des Unternehmens, dann gäbe es wieder Raum zu sagen, naja, das Unternehmen ist hier der Betreiber der Seite, dieses Kanals, was ich ja gerade nicht möchte. Ja, also dann vielleicht sagen, ja, Vorname, Nachname, CO, Unternehmen, und dann auf das Impressum verlinken, dass man dann da die ganzen Einzelheiten findet. Aber es ist auch, ja, zum Beispiel steht da drin, man muss eine Umsatzsteueridentnummer angeben, steht in 5 TMG, habe ich ja gar nicht. Ja, wenn ich jetzt aber auf das Impressum des Unternehmens verlinke, dann steht da eine Umsatzsteueridentnummer. Eigentlich ist es irreführend. Eigentlich würde ich lieber nur dann angeben, die Adresse des Unternehmens und viel mehr braucht es ja dann gar nicht. Ich bin ja gerade keine natürlich, ich bin ja eine natürliche Person und habe ja keinen, ja, wenn ich jetzt mal kurz reinschaue in die Vorschrift, ich brauche eine E-Mail-Adresse, okay, Name, Anschrift, aber die ganzen anderen Sachen, Handelsregister, Umsatzsteuer, Identnummer, fallen ja alle weg. Habe ich ja alles gar nicht, wenn ich dort als Arbeitnehmerin tätig bin. Also Adresse und E-Mail-Adresse und Name. Okay. Cool. Danke für die Klarstellung. das war schon wieder was gelerntes. Das ist ja eine der besten Podcast-Folgen in dem, insofern, dass ich hier auch super viel Neues lernen kann von dir. Okay. Nochmal ein Klassiker in dem Zusammenhang. Ich bin auf einer Messe oder auf einer Konferenz und das würde ich gerne festhalten für die Nachwelt und für meine Kollegen und für meine Kunden und deswegen mache ich Fotos. und zwar nicht nur Selfies, ich wage mich auch Fotos von anderen Menschen zu machen. Mutig. Bitte? Mutig. Mutig, ja. Ja, so bin ich. Ich bin da ganz verwegen. Ich weiß nämlich, dass bei dem Ticket oder auf dem Ticket zu der Konferenz ein Verweis darauf war, dass wenn ich vor Ort bin, ich mich damit einverstanden erklärt habe, dass von mir Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, die sie veröffentlicht werden können und da denke ich mir auch, auch wenn ich nicht Veranstalter bin, ja prima, dann mache ich doch auch Bild- und Tonaufnahmen von mir und den anderen Teilnehmern. Darf ich das oder muss ich es eben hingehen und fragen, du, darf ich bitte ein Foto von dir machen, darf ich das veröffentlichen und kann ich eine Unterschrift dazu haben? Ja, also zwei Aspekte zu unterscheiden. Der erste Punkt, ja, warum man sich darüber überhaupt Gedanken macht, ja, das ist das Recht am eigenen Bild, der abgebildeten Leute. Jeder hat das Recht zu verlangen, dass sein Bildnis, so heißt es im Gesetz, übrigens im Kunsturhebergesetz, was weder mit Kunst noch mit Urheberschaft zu tun hat, aber § 22 KUG ist das Gesetz, auch das da ankommt. Ja, jeder hat das Recht, dass sein Bildnis nicht veröffentlicht wird und insofern ist es erstmal richtig, dass man sich da Gedanken machen muss. Es gibt eine Grenze im KUG. Die Grenze ist, hat irgendwann mal der Bundesgerichtshof erfunden, wenn man bloßes Beiwerk ist. Bloßes Beiwerk. Wenn ich austauschbar bin. Also deine, nehmen wir mal an, du würdest dort ein Selfie machen mit einer Kollegin, ja, und im Hintergrund sind noch zehn andere Leute zu sehen, wo egal ist, wer das jetzt ist, ja, wo jetzt, wenn das irgendwie Kanzer Scholz ist, dann würde man sagen, okay, das ist jetzt nicht egal, da geht es dir eigentlich nicht um die Kollegin, mit der du da arm in Arm stehst, sondern da geht es dir um den Hintergrund. Aber wenn das nicht der Fall ist, irgendwelche Leute random vorbeilaufen, dann kannst du, ja, dann haben die da nie kein Mitspracherecht. Jedenfalls, solange sie jetzt nicht im völlig schlechten Licht da irgendwie zu sehen sind. Also mache ich keinen Pfeil drauf, mache, sage, die sind doof zum Beispiel. Genau, genau. Oder die gerade an der Freilauf-Toilette stehen. Ja, das ist vielleicht auch nicht so toll. Aber so ein Bild willst du eh nicht auf LinkedIn posten, sondern ein vernünftiges. Ja, da musst du also tatsächlich die Leute fragen, die im Vordergrund zu sehen sind, die man erkennen kann und auf die es auch ankommt. Deine Frage war jetzt aber, können jetzt sozusagen die Teilnahmebedingungen des Veranstalters dich retten? Kann es sein, dass ich sozusagen dann nicht mehr fragen muss? Da wäre ich sehr skeptisch, weil diese Teilnahmebedingungen gelten ja zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmenden, aber nicht zwischen dir und den Teilnehmenden. Ob jetzt theoretisch denkbar ist, dass der Veranstalter sozusagen allen Teilnehmenden das Recht einräumt, von allen anderen Teilnehmenden Fotos zu machen. Aber da wäre ich sehr skeptisch, zumal du dich auch nicht darauf verlassen kannst, dass wirklich alle, die auf der Messe rumrennen, diese Teilnahmebedingungen mal irgendwann akzeptiert haben. Also zum Beispiel ich, wenn ich irgendwo Referent bin, laufe ich auf der Messe, habe ja nicht die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Da wüsst du immer, welche haben die, die sagen, also das reicht mir nicht. Deshalb ist in der Tat da der Rat, wenn du das in ein bisschen größerem Umfang machen möchtest, quasi professionelle Bilder machst, um die dann auf LinkedIn auszuwerten, würde ich immer die Leute, die abgebildet sind, fragen. Ich habe einen oder zwei Worte noch nicht gesagt, die eigentlich in diesem Kontext immer gelten und es ist gesunder Menschenverstand. Uiuiui, jetzt holst du dir was raus. Jetzt ist Ende. Das kann ich auch, gesunder Menschenverstand. Aber ehrlich gesagt, liegt doch da die Wahrheit. Ja, du kannst die Leute zehnmal fragen oder irgendwas unterschreiben lassen, wenn du auf einer Veranstaltung, ein Fall aus der Praxis, wenn du auf der Veranstaltung unterschreiben, alle brav, dass sie damit einverstanden sind, dass Fotos gemacht werden. Und das Foto, was am nächsten Tag damals auf Facebook veröffentlicht worden ist, von dem Social Media Manager dieses Unternehmens, war die Vorstandsvorsitzende mit dem Praktikanten kurz nach eins morgens Arm in Arm. Da dann zu diskutieren, aber ihr habt doch beide gesagt, dass ihr einverstanden seid, ja, ist sinnlos. Abgesehen davon, dass die natürlich im Nachhinein dann auch das wieder verlangen können, dass das rausgenommen wird und so weiter. Aber ja, und natürlich sollte man ein bisschen gucken, wie die Leute dort abgebildet sind, wenn man den Aufwand scheut, da jetzt alle zu fragen und dort alle irgendwelche Erklärungen zu unterzeichnen, die man ja dann aufbewahren und zuordnen muss und so weiter. Ja, würde ich sagen, wenn die Leute sehen, man fotografiert und wissen, was damit passiert, glaube ich, ist das im Zweifel in Ordnung, halte ich für weniger gefährlich, als sich irgendwo aus dem Internet Bilder zu klauen und online zu stellen. Was könnte, was würde mir denn blühen, wenn ich gegen diese Gesetze, Richtlinien verstoße, im einfachsten oder schlimmsten Fall? Also, du kommst nicht in den Knast, ist ja schon mal was, sondern es droht, was in Deutschland ja so häufig droht, nämlich eine Abmahnung. Also, die Person könnte kommen und sagen, also, wenn sie jetzt nicht einfach schreibt, oh, das finde ich aber gar nicht gut, das ist ja das Kleid verrutscht, könnt ihr das bitte rausnehmen? Ja, wonach man sich richten sollte, ganz im Ernst, wieder gesunder Menschenverstand und da nicht anfangen zu diskutieren. Aber wenn es irgendwie die, ja, der, die, 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 die Ehefrau Anwältin ist und der man ein bisschen Geld zu schustern will, dann, dann kann es sein, dass die Anwältin schreibt, ja, mein Mandant, Herr Sowieso, heißt so wirklich genau wie sie, ja, der, der ist hier fotografiert worden und findet es nicht gut und deshalb verlangen wir Unterlassung und Schadensersatz. Unterlassung heißt, derjenige, der dieses Bild veröffentlicht hat, muss sich verpflichten, das in Zukunft nicht mehr zu tun und für den Fall, dass er es doch tut, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Ja, das heißt halt, wenn man sowas unterschreibt, muss man immer genau gucken, dass man wirklich überall die Bilder dann rausgenommen hat und das nicht nur aufgrund eines Fehlers oder aufgrund, ja, man hat dann irgendwie noch ein Facebook- oder ein Xing-Account nebenbei laufen und da sind die automatisch mitveröffentlicht, die Bilder, dann muss man da natürlich aufpassen. Und der zweite Aspekt ist Schadensersatz und da geht es fast immer nur um die Anwaltskosten, ja, die bewegen sich dann irgendwie, je nachdem, wie das aufgegleist ist, zwischen 400 und 1100 Euro. Ist natürlich für ein Bild sehr lästig, aber es ist nicht so, dass einem das, die Existenz kostet und man da fürchten muss, dass man, dass man da irgendwie nie wieder auf die Beine kommt. Insofern sind die Risiken, wenn man so will, überschaubar. wenn man nicht, wenn man darauf ein bisschen vorbereitet ist und jetzt nicht eine Mordsangst hat vor einer Abmahnung. Ja, also Abmahnung, also es sofort runternehmen, es auch in Zukunft nicht mehr veröffentlichten, auf allen anderen Plattformen runternehmen und dann schlimmstenfalls der Schadenersatz mit den Anwaltskosten, die du genannt hast. Genau. Okay, das ist überschaubar, das ist immer noch doof genug, aber das ist überschaubar. Vielen Dank für die Aufklärung. Sollte ich denn darauf achten oder wie erlebst du das in der Praxis, dass die Leute darauf achten, eigentlich auf den Schutz ihrer Werke? Und jetzt meine ich, spreche ich nicht von Künstlern, die natürlich da ihre Lebensunterhalt mitverdienen, sondern Content Creator wie unser eins, die, wie der Name sagt, Content kreieren, seien es Texte, seien es Bilder, seien es Grafiken. In der Regel freuen wir uns ja, wenn unsere Beiträge auch geteilt werden und weiterverbreitet werden, wenn die Ideen irgendwo aufgegriffen werden. Idealerweise sind wir uns irgendwo verwiesen, aber die wenigsten von uns würden ja hingehen und sagen, du hast hier mein Bild, meine Idee, meinen Beitrag geklaut, jetzt wirst du aber hier mal abgemahnt. Wie siehst du das in der Praxis? Ist das notwendig? Sollten das mehr Leute machen? Ist das hier das Leben auf Social Media? Naja, es kommt halt schon darauf an, also erstmal eine Urheberrechtsverletzung ist es ja nur, wenn eine urheberrechtlich relevante Handlung vorgenommen wird, also zum Beispiel eine Kopie. Wenn es nur ein Link ist und ich zum Beispiel einen teilen, wäre ja nur eine Verlinkung auf den Beitrag und ich kopiere gar nicht das Bild neu, dann ist es, das darf ich sowieso machen, ohne den Creator zu fragen. Und ansonsten, Ganz kurz, wenn ich etwas verlinke, hinweise, muss ich nicht vorher fragen. Korrekt. Weil es eben keine verbotene, vom Urheberrecht verbotene, beziehungsweise unter dem Vorbehalt des Einverständnisses des Urheberes, gestellte Handlung ist. Ich darf nicht. Ein Link ist fast immer zulässig, genau. Und eben so ein Teilen ist ja nichts anderes als eine Verlinkung, wenn auch ein bisschen anders gestrickt, aber im Prinzip ist es so. So, und jetzt die Frage, ja, und da spielt jetzt wieder der gesunde Menschenverstand eine Rolle. Natürlich, wenn es so ist, dass ich, dass der doch froh sein wird, der Creator, dass ich das verbreite, noch dazu, wenn ich ihn oder sie verlinke, dann ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann kann ich es auch genau so machen. Ja, und muss dann nicht fürchten, wenn die sich im Zweifel bedanken und nicht fürchten, dass ich jetzt da irgendwie mit der Keule komme. Aber wenn ich mit meiner Einschätzung falsch lag und die warum auch immer den Inhalt exklusiv auf ihrem Kanal haben wollten, dann wäre, wenn es tatsächlich eine Übernahme ist und es also Copy, Control C, ja, Control V mäßig irgendwo anders hinkopiert wird, dann rettet mich der Hinweis auf den Creator nicht, weil die Urheberrechtsverletzung schon begangen wurde. Insofern, ja, wenn ich dort Zweifel habe und denke, das ist ein komisches Unternehmen oder ein komischer Typ, und Unternehmen haben sich da zum Teil sehr schwierig, ja, die stellen ganze Bildergalerien zur Verfügung, aber schreiben dann runter, ja, nur für Presse und wenn ich dann aber gar nicht Presse bin, sondern irgendwas nutze, um ein tolles Bild nutze, was ich irgendwie auf der Seite eines Wettbewerbers oder eines anderen Unternehmens gefunden habe, um meinen Post zu illustrieren, dann werden die im Zweifel sagen, nee, für dich war das nicht gedacht. Ja, also insofern ist tatsächlich der Rat, im Zweifel nachzufragen und zu fragen, ob diejenige Person, die das kreiert hat, denn einverstanden ist oder die Rechte daran hat, einverstanden ist oder nicht. Das klingt fair. Das heißt also auch bei Pressebildern gerne mal fragen, da gibt es ja auch in der Regel direkt einen Antragspartner, der dabei genannt wird, die dann auch, soweit ich das weiß, schnell antworten, ob ich das Bild verwenden darf. Zum Beispiel kann ich ein Bild von der Lufthansa nehmen, um meinen Beitrag über Flugangst zu verbildlichen. Ob die das wollen, weiß ich nicht. Genau. Vermutlich eher nicht. Sehr schön. Lass uns nochmal kurz über das Thema, das ist ein bisschen angeschnitten gerade, auch Werbung sprechen. Als Corporate Influencer mache ich ja offensichtlich Werbung für mein Unternehmen. Genau so, du würdest sagen, könntest du, ich bin jetzt hier seit x Jahren bei der Kanzlei und finde das hier total super. Da machst du ja Werbung dafür, genauso wie ich jetzt auch durch den Podcast Werbung für unser Unternehmen Beschaffenskreis mache. Warum ist das nicht kennzeichnungspflichtig im Vergleich zu anderen Medien wie Print TV zum Beispiel, wo ja genau der Leser, der Hörer geschützt werden soll vor dieser Vermischung aus traditionellem Inhalt und werblichem Inhalt? Ja. Also das Thema Kennzeichnung von Influencer-Postings ist ja ein sehr schwieriges. Ja, der Bundesgerichtshof hat mehrere Entscheidungen jetzt dazu getroffen. Kathi Hummels hattest du schon erwähnt in den vergangenen Jahren und da werden noch einige dazukommen. Der Hintergrund vielleicht für die Zuhörenden ist das Schleichwerbeverbot. Ja, es macht einen Unterschied, ob ein scheinbar objektiver Inhalt eigentlich nur deshalb erscheint, weil dafür bezahlt worden ist oder ob das die Person, die dort nach außen tritt, das tatsächlich selbst vertritt. Ja, und selber dieser Meinung ist. Daher kommt dieses Thema Kennzeichnung. Und der BGH hat da ein bisschen, wie ich finde, seltsame Entscheidung getroffen, weil er im Einklang mit dem abnahmenden Wettbewerbsverband da gesagt hat, also klar ist, wenn du Geld bekommst, dafür musst du kennzeichnen. Das scheint mir auch noch klar zu sein. Aber selbst wenn du kein Geld dafür bekommst, kann es ja sein, dass du deinen eigenen Wettbewerb förderst, liebe Kathi Hummels oder liebe Pamela Reif, weil du ja selbst ein Unternehmen betreibst und das sei für die Leute nicht erkennbar, deshalb musst du das kennzeichnen, selbst wenn du im Ausnahmefall für den Steif-Teddy von Steif gar keine Geld bekommen hast, den du auf das Gesicht deines Sohnes gelegt hast, damit der nicht erkennbar ist. Ja, warum Kathi Hummels trotzdem gewonnen hat und da kommt jetzt die Verbindung zu deiner Frage, ist, dass die Kennzeichnungspflicht entfällt, wenn aus den Umständen klar und eindeutig zu erkennen ist, dass es sich um Werbung handelt, dass die Person das nicht aus freien Stücken getan hat und bei Kathi Hummels hat damals der BGH argumentiert, naja, 1,7 Millionen Follower, das ist doch klar, dass die das nicht privat macht. Jetzt haben die allerwenigsten Corporate Influencer 1,7 Millionen Follower, aber wenn ich Leiterin Eventmanagement bei mittelständischem Unternehmen bin und es steht in meiner LinkedIn-Bio so drin, die Leute sehen das und ich berichte über die Veranstaltung von gestern Abend, dann wird niemand auf die Idee kommen, dass ich das jetzt aus privaten Stücken mache und das als Werbung kennzeichnen muss. Oder wenn ich irgendwie Teil des LGBTQ Plus Teams bin und jetzt auf das neue Diversity-Programm hinweise, wenn die Leute auch unmittelbar sehen, okay, das ist jetzt ein Firmenbezug, deshalb muss ich es da nicht kennzeichnen. Oder es gibt schon gar keine Kennzeichnungspflicht, wenn es gar nicht um mein Unternehmen geht, sondern um mich, wenn ich schreibe, ich hätte jetzt hier, ich oder mein Team sind jetzt hier irgendwie ausgezeichnet worden, wir sind hier ständig ausgezeichnet für Best Lawyer und who's who legal, pipapo. Da muss ich jetzt nicht sagen, das sei jetzt hier irgendwie Werbung für mich, weil es offensichtlich ist, dass es so ist. Deshalb braucht es das nicht. Aber wenn ich jetzt aus einem Corporate Influencer, Programminhalte nehme, die mir da zur Verfügung gestellt werden, um mein Unternehmen ins rechte Licht zu rücken und was weiß ich, für Recruiting-Zwecke schön zu machen, dann kann es schon sein, dass ich es kennzeichnen muss, weil es dann eben nicht unmittelbar sich aus den Umständen ergibt, dass ich das freiwillig gemacht habe, sondern dass ich dafür vielleicht was bekommen habe oder dass gerade mein Job ist, da nach außen aufzutreten für das Unternehmen. Also es muss deutlich sein. Genau. Die Motivation. Okay. Heißt das ja, Unkurschluss auch, ich kann Werbung für mein eigenes Unternehmen, für meine eigenen Produkte machen, aber sobald ich jetzt sage, keine Ahnung, hier die Telefone von der Firma in Cupertino sind die besseren Telefone als von der Firma in Mountain View, das ist dann kennzeichnungspflichtig? Also für meine eigenen Produkte ist auch die Frage, ob es sich aus den Umständen ergibt, dass es sozusagen so ist. Wenn es, das hatten wir gerade mit Pamela Reif, Kathi Hummels, ja, da hat der BGH zum Teil gesagt, naja, also das sei jetzt nicht erkennbar, dass die eigentlich für sich Werbung macht. Aber wenn ich natürlich sage, ja, das war ja mein Beispiel von eben, wir sind hier ausgezeichnet worden oder wir haben hier ein super duper Newsletter, ja, dann werden die Leute erkennen, okay, der macht jetzt nicht Werbung, also was soll es sonst sein, wenn nicht Werbung für mich? Und natürlich muss ich nicht, ja, muss auch die Lufthansa nicht als Werbung kennzeichnen, wenn sie ein Angebot machen oder wenn sie ein Angebot bewerben für einen Flug nach Kapstadt. Ja, es ist ja klar, dass es Werbung ist. Deshalb muss man sozusagen seine eigene Werbung für eigene Produkte nicht kennzeichnen, während in der Tat, wenn du von Apple Werbung dafür, Geld dafür bekommen würdest, dass du immer mal wieder erwähnst, dass die Apple-Produkte besser sind als als Wettbewerberprodukte, dann musst du es als Werbung kennzeichnen. Ja, wie machen das denn die ganzen, ich weiß es gar nicht, die ganzen Produkttester und Unboxer auf YouTube zum Beispiel? Die schreiben meistens Kleingedruckte, dass sie dafür bezahlt werden. Ah, okay, spannend, muss ich nochmal genauer lesen. Mensch, Martin, da haben wir schon super viel Ground sozusagen, super viele Themen angesprochen, super viele Fragen besprochen. Ich weiß, du bist ein bisschen erkältet, deswegen möchte ich dich an dieser Stelle vor weiteren Detailfragen verschonen und danke dir einfach für diese tollen, tollen Einblicke, für deine, ich fand es ganz ehrlich, leicht verständlichen Antworten von deiner pragmatischen Sichtweise und ein Sonderlob. Ich habe noch nie jemanden gehört, glaube ich, zumindest nicht hier in dem Podcast, der so elegant gegendert hat wie du gerade. Elegant gegendert, okay. Ich habe letztens, wir haben ja selber einen Podcast, wenn ich hier mal shameless plug machen darf, Herting.fm, da beschäftigen wir uns halt mit überraschungrechtlichen Themen, aber eben auch ein bisschen jetzt ohne allzu viel Jura, sondern mehr aus der Anwendersicht und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Feedback ist ja rar, aber letztens habe ich mal Feedback bekommen von einem treuen Zuhörer und was war das Feedback? Euer Gegender geht mir zunehmend auf die Nerven. Insofern, ja, ich mache es auch nicht konsequent, aber ich finde es schon wichtig an der einen oder anderen Stelle darauf hinzuweisen, dass, Ja, aber die Zuhörenden finde ich eine schöne Bezeichnung. Wenn drei Anwälte über einen Bahnsteig gehen und zwei davon Kleider anhaben, dann spielen sich bei vielen Leuten komische Dinge im Kopf ab und ja, deshalb ist es, die Frauen sind doch mit gemeint schon manchmal nicht immer so easy. Ja, ja, die Folge haben wir uns nicht getraut zu machen, wo wir uns gender entsprechen. Mal gucken, ob es noch kommt. Kommt irgendwann alles. Vielleicht kommt auch irgendwann mal der Zeitpunkt, ich bin ja sowieso der Meinung, dass man das gar nicht so überhöhen muss, das Thema, jeder soll es so machen, wie er das oder sie hierfür richtig befindet und ich finde man, ich bin skeptisch bei Leuten, die da allzu, sagen wir mal, fundamentalistische Ansichten vertreten, sowohl in die eine oder andere Richtung. Aber für uns als Juristinnen und Juristinnen ist natürlich Sprache wichtig, da finde ich dann schon, dass man darauf achten kann. Ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwann mal Abmahnungen sehen, weil die nicht gegendert worden ist. Noch gibt es kein Gesetz in die Richtung. Aber nur, ja, was es schon gibt, ist, wer für einen Onlineshop verantwortlich ist, es gibt jetzt schon mehrere Gerichtsentscheidungen, die eben die Auswahl Herr oder Frau als einzige Möglichkeit und ein Pflichtfeld für einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gehalten haben und wenn ich dort also nicht die Möglichkeit habe, entweder eine Divers oder eben zu sagen, ich lasse es offen oder das nicht als Pflichtfeld zu machen, dass ich dann also mich da zur Unterlassung verpflichten muss. Wow. Was heißt Onlineshops? In jedem Kaufhaus gibt es ja Männer, Frauen, Kinder. Ja, absolut. Also überall, wo man da eine Angabe machen muss, ist man tendenziell, hat man es tendenziell schwer. Deutsche Bahn hat es bis zum OLG Frankfurt getrieben, weil sie nicht ihre Bahncards da anpassen wollten. Also wie es dann immer ist, bis die Gerichtete mal entscheiden ist, ist es überhaupt beholt und ist dann schon wieder alles anders, aber genau. Ja, spannend. Okay, das ist aber, das soll das Thema in einer anderen Episode sein. Absolut, sorry, ich bin im Redefluss. prima. Also ich finde es ja auch toll, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem, diese Fragen im Kopf hat. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how. Deinen Podcast verlinken wir auf jeden Fall hier in den Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn-Profil. Ihr seht, es lohnt sich, Martin Schirrmacher zu folgen. Es lohnt sich, Hertingen Rechtsanwälte zu folgen, damit man auf dem Laufenden bleibt, was diese spannenden Themen gibt. Martin, vielen Dank nach Berlin. Hashtag Werbung. Danke, Thomas. Bis bald. Das war eine Empfehlung, keine Werbung. Ja, genau. In diesem Sinne, liebe Zuhörenden, vielen, vielen Dank auch dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast genauso viel gelernt, wie ich in dieser Folge der LinkedIn-Lounge über die rechtlichen Fallstricke, Do's und Don'ts, wenn es darum geht, wie ich auf LinkedIn und sozialen Medien mit meinem Content, mit GIFs, mit Fotos, mit Inhalten aus, sei es KI generiert oder manuell generiert, umgehen kann, was ich verwenden darf und was nicht. Wir haben nicht nur viel gelernt, wir haben auch ganz tolle Fachbegriffe gehört und gelernt wie Schaffenshöhe, bloßes Beiwerk auf einem Foto und an das Martin nochmal vielen Dank dafür, dass man im Zweifelsfall den gesunden Menschenverstand auch benutzen darf. Das beruhigt mich ungemein. In diesem Sinne, bleib uns gewogen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere bitte diesen Podcast und lass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da und dann hören wir uns auch bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss, danke euch.